Herzlich Willkommen im Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Crescentia Flauger. Crescentia Flauger ist die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, außerdem Medien-, Verfassungsschutz- und europapolitische Sprecherin. Mein Name ist Katharina Lindner und ich stehe Ihnen gerne im Wahlkreisbüro in der Sögelstraße 10 in Wildeshausen zur Verfügung. Unser Büro hat für Sie geöffnet montags von 9 bis 17 Uhr und mittwochs von 9 bis 13 Uhr, außerdem gern nach Vereinbarung. Wir bieten Ihnen einiges an Service. Sie können ins Büro kommen, um mit mir über Politik zu sprechen, aktuelle politische Entwicklungen, generelle politische Themen, unser Wahlprogramm oder die Wahlprogramme der anderen Parteien. Zudem biete ich Ihnen einen Bewerbungsservice an, was bedeutet, dass Sie hierher kommen mit Ihren Unterlagen und wir daraus gemeinsam eine gute Bewerbung und einen aktuellen Lebenslauf erstellen. Ein weiteres Serviceangebot ist eine Lohnsteuerberatung, die hier stattfinden kann. Unser Lohnsteuerbeauftragter von Verdi bietet diese an. Er erstellt gern Ihre Steuererklärung. Dieser Service gilt nur für in Verdi organisierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Einmal im Monat ist eine Hebamme hier vor Ort, die Frauen und Paaren in der Schwangerschaft Beratung anmietet. Alle unsere Serviceangebote sind für Sie kostenlos und selbstverständlich behandeln wir Ihre Angelegenheiten vertraulich. Natürlich bietet auch die Landtagsfraktionsvorsitzende Crescentia Flauger selbst persönliche Sprechstunden in Ihrem Büro an. Die Termine dafür können Sie Ihre Website www.crescentia-flauger.de oder der örtlichen Presse entnehmen. Gute Politik können wir nun mit Ihnen gemeinsam machen. Deshalb freuen wir uns auf Ihren Besuch. Gute Politik können wir uns auf Ihren Besuch.